Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might Magic 2. Seid ihr bereit, auf die Luftebene zu gehen? Unsere Helm noch nicht so ganz. Was? Zauber mal bitte diese Lufttransmutation-Geschichte da. Lufttransmutation. Ah, jetzt hat es auch den Sound gegeben, dass sie was gezaubert hat. So, ein Luftschul erzeugt eine Passage zur Zeit der Luft. Das wird wahrscheinlich eher Ebene der Luft heißen müssen. Wollen wir hier hindurchgehen? Ja, möchten wir. So, und wir haben im Vulkan gelesen, dass die Kralle der Luft, Moment, 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 Moment. Bei 11,7 ist. Also schauen wir uns erstmal auf die Karte. Wir sind ganz oben, das macht es natürlich zuerst mal leichter. Wir müssen zuerst mal 11 nach rechts und dann 6 nach unten. 11 nach rechts, 6 nach unten. 1, 2, 3, 4, 8, du Kacke. Wir sind übrigens auch in einem anderen Jahr. Also arg in der Vergangenheit. Wir waren vorher bei 903 oder so irgendwie. Und vor den Hydras habe ich einen Respekt. Das kann nur schief gehen. Okay. Ah ja, die dürfen anfangen. Und das geht gerade nicht zu unserem Vorteil aus. Ähm, was? Zauber mal bitte Mondstrahl. Oh, und einige sind schon mal wirklich tot. Das ist kacke. Okay, ähm. Boah. Das ist übel. Oh mein Gott. Bart, zauber mal bitte deinen Hochspannungs-Giraffel. Hochspannung. Ah, verfehlt. Na, super. So, boom. Ja, sehr schön. Robert tot. Robert tot. Äh, Wars lebt noch. Sehr schön. Wars, zauber mal bitte deinen Hochstrahl. Oh mein Gott. Okay. Ähm, Bart, zauber mal Hochspannung-Kammer nicht so gut an. Ähm, üble Kälte. Kam auch nicht gut an. Wars ist tot. Ähm, ja, dann ist unsere Gruppe tot. Weil das packen wir nicht mehr. Sherm. Sherm kann zwar heilen, aber er kann kein Mondstrahl. Äh, das ist jetzt ein bisschen kacke. Okay, wir versuchen nochmal mit Bart, äh, diverse Zauber. Und zwar... Hä? Ach, das ist Sherman. Sorry. Ja genau, und Sherman hat keinen Mondstrahl. Ich dachte gerade, hä? Kältestrahl? Kommt nicht gut an. Bart, zauber mal... Zerbrechen, zersetzen, Schwert? Schwert macht was. So, Sherman. Ja, dann hau du rauf, Sherman. Ja, aber... Wenn die zwei das noch packen, dann weiß es auch nicht. So, Schwert. 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 Dann... Sherman haut rauf. Bart zaubert wieder das Schwert. Okay, dann gehen die Luftelementare dahin. Sherman haut rauf. Bart zaubert wieder sein Schwert. Sherman haut rauf. Können die die in der allerletzten Reihe nicht wirklich angreifen? Bei Philias müsste auch in der letzten Reihe stehen. Da war nur so ein Gedanke, dass das irgendwie Sinn macht, dass die beiden noch so lange über... Ne, nicht Kältestrahl. Um Gottes Willen. Oh, Schwert. So, jetzt müsste das Vieh aber bald tot sein. Schwert. So, Hydra fällt. Wow. Okay. Sherman, kannst du zumindest uns jemanden wiederbeleben? Nein, kann er nicht. Dann suchen wir zumindest mal. Das hat wahrscheinlich nicht funktioniert, weil Robert ja, tot ist. Dann öffnen... Quatsch. Dann suchen wir und öffnen ohne suchen. Ach, Quatsch. Nicht mich. Wieso kann ich Tote noch wählen? Spiel das macht keinen Sinn. Will ja nicht so sein, aber es macht wirklich keinen Sinn. So, Bart. Ja, es hat sich auch für den Loot nicht wirklich gelohnt. Ähm, Bart, mein guter. Ansehen. Bart, bring du uns mal bitte... Perf... Flieger. Geht das von hier, wenn wir in einer anderen Ebene sind? C2. C2. Wenigstens etwas. Mann! Wir sind aber wieder in der falschen Zeit und... Ach, Spiel, du machst mich wahnsinnig. Wieso sind wir in der Elementarebene in einer anderen Zeit? Sind wir jetzt wieder in der richtigen Zeit? Haben wir jetzt das Spiel kaputt gemacht? So, komm, sind wir jetzt wieder zurück? Nein. Äh, ja, gib mir ein Sekündchen. Ich mach's wieder schön. So, da bin ich wieder. Wir gehen diesmal einfach mal zuerst mal acht nach unten. Oder? Ja, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ein roter Code. Sehr schön. Mit dir hätte ich hier gar nicht gerechnet, aber ist okay. Äh, okay. Ich mach mal kurz einen Screenshot, dann ist kurz die Musik weg. Äh, Moment, ich muss da erst noch mal ein Screenshot-Programm starten. So, das gute alte Greenshot. So, Greenshot, macht mir bitte hier mal ein Screenshot. Zack, dahin, fertig, kann weitergehen. So, ähm, also wie man das lesen muss, wissen wir nur, wir haben jetzt erst den ersten Teil gefunden. So, wir sind jetzt bis auf sieben runtergegangen. müssen dann noch mal elf nach rechts. Mein Zeigengedächtnis ist echt für die Füße. Das ist ein Trauerspiel, aber okay. Eins, zwei, drei, f- Okay, äh, können wir flüchten? äh, spiel sagt nein. Ähm, ich verfehle, Phileas verfehlt. Ich will das, Bad, Bad, kannst du Zeitverzerrn machen? Halleluja, wenigstens etwas hat funktioniert. Also gehen wir dann noch mal einen anderen Weg. Also dann, äh, ich rechne das gleich wieder aus. Ich gebe mir damit immer selber oft einen Keks, wenn ich die Zahlen einfach nicht behalten kann. Ähm, so, äh, wir heilen was? Und was heilt sich noch mal selbst? Äh, dich selbst. So, noch mal. Konzentrieren. Ach, wir sind jetzt da unten. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir wieder am Eingang stehen. Ja gut, dann gehen wir mal einfach eine Zeile hoch. Ach, wir standen noch auf dem Feld. Wir hätten einfach weitergehen können, oder? So, jetzt sind wir wieder geflüchtet. Wo sind wir? Da unten. Spiel, das macht's nicht besser. Oh Mann. Die Hydras sind echt übel. Haben wir jemals einen Hydra totbekommen? Ich meine mal nicht. Ähm, Flucht? Nicht funktioniert. Ja, hm. so, wer lebt noch? Robert lebt noch. Sehr schön. Robert, schlag mal rauf. Ähm, Bart, zauber mal. Das wird jetzt ein echtes Drama. Zeitverzerren. Immerhin lebt was. Oh Mann. Okay. Ansehen war's. Äh, wer war tot? Ich war tot. Multicanus, Phelias und Sherman. So, war's. Dann machen wir bitte Tote erwecken. Auf mich. auf Multicanus. Wieso hat das jetzt keinen Ton gegeben? Ähm, Phelias und Sherman habe ich, glaube ich, gesagt, ne? Wieso ist Multicanus nicht wiederbelebt worden? Spiel? Kannst du mir das sagen? Ich wünsche mir einen lebenden Multicanus, bitte, wenn's möglich ist. Aha, jetzt hat's, äh, dann Klingel die Dingel gemacht. Okay, dann müssen wir die Leute aber noch ein bisschen hochheilen. So, Zauberma, ja, Extraheilung auf mich, Extraheilung auf Multicanus, Extraheilung auf Phelias und Sherman. Ja, ist die Welt einigermaßen in Ordnung. So, wo sind wo sind wir jetzt? 6,1. Also, gehen wir mal 5 nach rechts. 1,2,3,4,5. Das hat zumindest mal funktioniert. funktioniert. So, und dann müssen wir noch 7 nach oben. Wo sind wir eigentlich? Da sind wir. So, Spiel, bitte lass uns jetzt 7 nach oben gehen. Bitte. Bitte. Ich sag ganz lieb, bitte. 1,2,3,4,5. Scheibenkleister. Flucht. Flucht. Hat funktioniert. Wo sind wir? Ah, Mann! Okay, dann gehen wir ein paar nach oben und schlängeln uns dann so irgendwie Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen abstrakt durch die Gegend. So treppenmäßig. Ist auch nicht gut. Wir flüchten. Hat nicht funktioniert. Ich hau rauf. Was? Hau drauf. Philias, kannst du auch Zeit verzerren? Ja, kann er sich hören. So, Robert ist nur bewusstlos. Dann macht was. Zaubern. Extra Heilung auf Robert. Wir können natürlich auch anfangen, diese Leveltränke zu nehmen und so weiter, aber ich weiß nicht, ob uns das jetzt konkret hilft. Weil die Hydras doch glaube ich, stärker sind, als wir mit fünf Leveln ausgleichen können. So, wenn wir jetzt einfach mal ein Stück nach rechts gehen. Dann wieder ein bisschen nach oben. Oh man, flüchten. Hat funktioniert. So, Karte. Oh, wir sind schon wieder am Rand. Ich fasse es nicht. das gibt's doch nicht. Sorry für das ganze Gefluche in der Folge da, aber das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. gleich nehmen wir die Tränke. Ah, wir sind wieder. Ich glaube, so wird das nix. Okay, wir gehen zuerst mal, zuerst schlucken wir Tränke. Wir haben ja genug davon. Okay, ansehen mich. So, ich hab nix sinnvolles. Krafttrank. Krafttrank, Hexen, Besen, Talenttrank. Das ist auf jeden Fall das mit den Leveln. Und ich denke, Krafttrank ist nur Stärke und es wird uns auch nicht unseren Hintern retten. Aber die Gegner werden ja auch nicht leichter. Wobei, konnte man Talenttränke kaufen? Kann sein, dass man die auch in Atlantium kaufen kann, das weiß ich jetzt nicht. Wir machen das einfach jetzt mal. So, Filias, mach mal benutzen. Talenttrank. Fertig. Ja, ist jetzt Level 26. Muss ich den Talenttrank jetzt da durchreichen? Wir schauen zuerst mal, ob Filias länger überlebt mit seinen fünf Leveln. So, drei sind wir jetzt. Dann müssen wir noch acht, nicht sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir lassen mal die acht hier aus. Ich habe jetzt einfach den einen Platz übergangen. So, jetzt sind wir bei elf, zwei. Und wir müssen nach elf, sieben. Und unterwegs war ja auch wieder eine Hydra. also gehen wir also gehen wir noch mal eins nach da, dann nach oben. Schauen uns noch mal die Sachlage an. So, wir sind jetzt bei zehn, sechs, also eins hoch, eins rechts. Spiel, kannst du mich gleich mal. So, wo sind wir? Es war so klar. Es war so klar. Aber ich schicke euch wieder ein Mini-Päuschen. Ich suche irgendwie den Weg, dass da ein Drama ohne Ende. Drückt mir bitte die Daumen. So, da bin ich wieder. Mit einer Tasse Kaffee denkt sich's viel besser. Und wir haben ja schon sehr viel durch Dungeons hindurch teleportiert. und das ist auch hier das Rätsel's Lösung. Also, ich habe vorher versucht, einen Weg zu finden, ohne Begegnung zu dieser Kralle, die wir jetzt gefunden haben. Aber man muss auf jeden Fall kämpfen oder man teleportiert sich einfach zwei Felder und dann ist man auch dort, wo man hin soll. Okay, haben wir wieder was gelernt? Wir müssen uns da nicht irgendwie kaputt machen oder so. So, also, diese heilige Stätte birgt einen Podest. Als ihr die Luftdisk in den Schlitz steckt, öffnet sich das Gebäude. Ihr nehmt den Lufttalon heraus und mit euch. Ja, also, diese Talone bzw. eigentlich sind es Krallen im Deutschen, die hatten ja mal diese Kugel der Macht gehalten, mit der die Menschen bzw. die Magie gegen den Drachen und die Elemente gekämpft haben, bzw. zuerst mal gegen die Elemente, und dann hat der Drache ja den Ex-König gegrillt und ist dabei ersoffen. und deswegen liegt ja auch die Kugel irgendwo bei Dawn unten in diesem Zumpftera dort unten. So, aber wir haben jetzt eine der Krallen, mit der man dann in den Vierecken der Erde die Elementare hat zurückhalten wollen, nur das hat irgendwann nicht mehr so funktioniert. So, eine haben wir. Und da wir schon mal gemerkt haben, das hier raus teleportieren zeitig nicht ganz schlecht ist, werden wir uns wieder wild durch die Gegend teleportieren. Oh Gott. Okay, wir können glaube ich maximal neun. Ja, wir sind jetzt, wenn wir uns mal sieben nach oben teleportieren, da waren wir noch gar nicht. Also, Bad sieben nach Norden, bitte. Norden Ansehenbad und der macht uns einen Teleport von sieben sechs sieben So, war das jetzt richtig? Ähm, die Karte ist verwirrt, nein, es war eins zu wenig, aber wir können ja auch da unten lang gehen. Okay, dann machen wir mal neun nach Westen. Westen. Ja, laufen wäre schneller, aber laufen wird aber auch zum Drama. Das haben wir ja auch schon gelernt. So, und dann bitte mal neun. Zack, neun. So, dann müssen wir noch eins nach oben und x nach Westen. Ja, das Stückchen gehen wir zu Fuß, oder? Ja, so, hier müsste, hier kamen wir doch her. Spiel, hier kamen wir her. Wie kommen wir wieder zurück? Oder kam, ne, wir kamen noch nicht von unten, oder? Ne, wir waren noch am Anfang bei 0,15 und dann irgendwann durch die Flüchterei kamen wir dann da unten an. Okay, bisher hat es ja mit Zeiten sich immer dann erledigt, wenn man geschlafen hatte. Ich meine, es hat nicht funktioniert, wenn wir uns hier wegteleportiert haben, aber was passiert, wenn wir hier schlafen? Okay, wir hätten wahrscheinlich auch gleich schlafen können. Heieieieiei, ich spiel, meine Nerven. Okay, dann machen wir noch ein paar Buffs rauf und dann fühlen wir uns total bereit für weitere Ebenen. Oh mein Gott, okay. konzentrieren, Bart zaubert uns bitte ein Schweben und ein Schutz vor Magie. So, sorry nochmal für das Drama vorhin, das mit dem Teleport, ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, das ist, manchmal ist es zum Verzweifeln und dann verzweifelt man mit sich selbst. Aber okay, dann hatten wir bei E4, glaube ich. Moment. Genau, bei E4 war die Erde, dann müssen wir dort ja auch noch irgendwo den Ausgang zur Ebene finden. Also bringt uns der gute Bart bitte nach E4. Zack, zack. E4. So, und nein, da gehen wir nicht rein. So, und wenn wir dann auch ganz unten in die Ecke gehen und uns dort um 360 Grad drehen und unterwegs noch ein paar Erdelementare töten, dann sollte das irgendwie Sinn machen. Du konntest, glaube ich, nochmal Säurespray, aber nein, das hat auch nichts gebracht, ne? Egal, Felias haut drauf, Robert haut drauf, Bart haut drauf, der Rest haut auch auf, diese Elementare sind nicht unser Problem. Wir suchen nach Fallen mit Robert, immerhin zwei Edelsteine. Okay. Ein Loch voller Steine, Schutt und Sand begrenzt den Weg zur Zeit der Erde oder Ebene der Erde. Wir möchten das jetzt zuerst mal nicht betreten, denn wir möchten vorher noch diesen Erdtransmutationsspruch sprechen. und zwar Erdtransmutation. So. Gibt wieder keinen Sound von sich, das verunsichert. Hm. Nicht schon Nee, das muss jetzt gehalten haben. Äh, ja. Scheint alles gut zu sein. Hier sieht es irgendwie hässlich aus. So, wir sind da unten und müssen nach 8,8. Das scheint nicht so schwer zu sein, da wir uns ja bis zu 9 teleportieren können. Sollte das machbar sein ohne Verluste. Wir schauen mal. 8,8. Dann machen wir zuerst mal 8 nach Osten. Zaubert. Zaubert. Teleport von 8. Zack. Wieso hat der Spruch versagt? Ah, weil unsere Erdtransmutation scheinbar nicht funktioniert hat. Äh, liebste war es. Wieso hat es nicht funktioniert? Warum? So, Erdtransmutation. Es hat schon wieder nicht geklingelt. Aber jetzt können wir uns scheinbar bewegen. Oder? Ja, wir haben uns bewegt. Warum auch immer. Okay, 8,8 habe ich gesagt, also 8. Wir schauen nach Osten, also 8. Spiel, du machst mich noch kirre heute. Zaubern, Teleport 8. So, 100 mal geklickt. Wieso versagt der Spruch? Bewegen wir uns jetzt oder bewegen wir uns jetzt nicht? Ähm, ich verstehe es nicht. Spiel. Wenn Hä? So, war es, dann mach nochmal Erdtransmutation. Äh, Erdtransmutation. bewegen wir uns? Das ist echt strange. Äh, wir müssen eh in die Pause. Ich grübel da mal drüber nach. Bis gleich.